Hallo zusammen, danke fürs Einschalten. Hier ist der Christoph. Es ist wieder Mittwoch, 17 Uhr. Zeit für eine neue Podcast-Folge. Wir steigen direkt ein. Ihr seht schon, das sieht etwas freaky aus heute. Und heute wird es auch freaky, beziehungsweise es wird quick and dirty. Was meine ich damit? Lass uns mal kurz hier einsteigen. Was siehst du da? Das ist eine Werbeanzeige. Die Kunst, dein Ding zu machen, Rabattaktion, ist ein Seminar von Christian Bischof. Und dazu gab es eben eine Rabattaktion, was Jorge und ich beworben haben auf unserer Facebook-Seite. Dafür haben wir ein Bild gebraucht. Ich kann dieses Seminar gerne mal unten auch in die Verlinkungen posten. Dann kannst du dir das mal anschauen. Geht es um das Thema Mindset, Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung und sein Leben eben auf eine positive Spur bringen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um dieses Bild hier. Wir mussten schnell und relativ einfach mit wenig Mitteln zu einem coolen Post kommen und haben uns gedacht, weil der Christian, der dieses Seminar gibt, auch immer Stürmbänder trägt. Wir basteln uns einfach auch ein Stürmband. Wir hatten natürlich keins, deswegen gab es hier meine alten Sportsocken rumgebunden. Also was heißt, all die hatte ich an dem Tag sogar noch an. Hier hinten mit Tape irgendwie befestigt. Also wirklich sehr viel Improvisation hier. Und genauso ging es jetzt auch bei der Bearbeitung. Den Christian, seine Stürmbänder sind immer rot. Und deswegen wollte ich das weiße Stürmband hier einfärben, dass es auch ein bisschen besser hier unten dazu passt. Machen wir gleich noch ein bisschen Grafik auch mit. Also eine wiederkehrende Farbe hier oben. Das wäre schon gut. So, wie macht man das? Weiß kannst du natürlich nicht umfärben, denn Weiß hat keine Farbinformation. Ich könnte jetzt, also es gibt verschiedene Wege, ich könnte das Weiß versuchen erstmal abzudunkeln, dass es grau wird. Und dann auf dem Grau mit Farbe arbeiten und mit den verschiedenen Mischmodis noch. Würde funktionieren. Ich habe mich anders entschieden. Es sollte ja wirklich sehr, sehr schnell gehen und sehr, sehr einfach. Ich habe jetzt hier eine Auswahl erstellt. Und zwar bin ich hier einfach in den Zauberstab, habe eine Toleranz. Ja, hier oben kann ich eine relativ große Toleranz einstellen. Wer nicht weiß, was das ist, der sagt einfach, wie viele Bildpunkte außenrum noch mit aufgenommen werden sollen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen weißen Bildpunkt anklick, schaut der mit einer Toleranz von 35 außenrum, was da noch alles mit reinpasst. Also das hier wäre schon mehr wie Tolerant 35 gewesen. Ich kann es nicht besser erklären. Oder ich weiß keine anderen Worte, wie man diese Toleranz anders erklären könnte. Du musst dir einfach vorstellen, hier ist ein Bildpunkt und der nebendran ist ähnlich und der nebendran ist auch noch ein bisschen ähnlich. Und das geht halt 35 Mal, aber dann ist irgendwann Schluss. Das heißt, du kannst jetzt entweder hier höher gehen, machen wir mal 50, ich versuche es hier drüben mal. Oder, hier siehst du, fehlt immer noch ein bisschen was, mit gedrückter Shift-Taste. Kannst du das hier hinten dann noch hinzufügen. Machen wir hier auch Plus und gedrückte Shift-Taste. Hier, schau, jetzt hat er die Nase direkt auch noch mit ausgewählt. Mit Alt kann ich hier wieder Minus machen. Dann ist das weg. Jetzt nehmen wir das auch wieder mit weg. Ich darf hier nicht so viel Toleranz machen. 50 ist schon sehr, sehr viel. Das geht nicht nur, weil es eben wirklich so komplett kontrastreich ist mit diesem Weiß. So machen wir das. Quick and Dirty. Ich verzichte jetzt auch aus Auswählen und Maskieren. Also die Kante wird nicht ganz so schön werden. Es geht mir einfach nur schnell um das Einfärben dieses Stirnbandes. Und dazu gehe ich jetzt hier oben auf die Korrekturen, gehe auf Farbton-Sättigung und sage jetzt hier nicht, erst mal Farbton verändern und erst mal Sättigung verändern. Da tut sich nämlich gar nicht viel. Sondern ich stelle das Ganze zurück und sage erst mal, geht zurück auf Null hier, plopp. Färben. Färb das Ganze bitte ein. Und jetzt kann ich hier oben den Farbton auswählen und kann jetzt über die Sättigung, du siehst es schon, es tut sich was. Quietsch gelb erst mal, rot will ich. Rüber damit. Kann jetzt über die Sättigung hier schon mal ein bisschen die Farbe reinbringen. Es ist immer noch nicht so toll, obwohl ich jetzt hier auf voller Sättigung bin. Und da siehst du schon das Problem, was dieses Weiß mit sich bringt. Da Weiß natürlich so hell ist, wird auch die Farbe, die hier mit reingerechnet wird, ja viel zu hell dargestellt. Das heißt, ich muss in der Helligkeit etwas runtergehen. Wo kommt denn jetzt der Strich her? Okay, egal, der ist irgendwo oben drauf. Das lösen wir gleich. Ich erkläre hier weiter. Das heißt, du musst mit der Helligkeit runtergehen und dadurch wird das Ganze natürlich etwas trüb und nicht mehr so ganz real. Du kannst es mit der Sättigung auch wieder hoch, dann wird es halt eine schön knallige Farbe. Allerdings hast du das Problem immer wieder, dass dadurch, dass du hier mit der Helligkeit runtergehst, eben diese Strukturen hier mehr oder weniger verloren gehen. Du könntest das Ganze mit Deutschen Burn natürlich wieder nacharbeiten, aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Deswegen habe ich es einfach so gemacht. Ich habe es auch so gelassen. Ich habe allerdings noch den kleinen Trick angewandt, dass ich gesagt habe, ich setze das Ganze noch in den Modus Multiplizieren. Denn hier kommen einfach die dunklen Stellen dann einfach nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Du siehst schon, ich war nicht recht sauber hier mit dem Auswählen. Ich hätte wirklich über Auswählen und Maskieren das Ganze machen müssen. Aber mir irritiert mich jetzt gerade, wo dieser Strich hierher kommt. So, jetzt haben wir es. Da war noch eine Retusche-Ebene drunter. Aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Ich zoome mal etwas raus. Für einen Post oder für irgendwas quick and dirty, wenn es schnell gehen muss, langt das auf jeden Fall aus. Wie gesagt, du kannst die ganze Zeit reingehen und hier noch Verbesserungen vornehmen, das Ganze heller, dunkler und so weiter machen. Das passt. Für den Spaß hat es gereicht. Wenn das Ganze jetzt eine aufwendige Retusche wäre, dann würde ich das natürlich nicht so machen. Aber wir müssen ja oft, nicht nur wir, sondern du auch, schnell sein. Es geht darum, keine Zeit zu verlieren und immer zu schauen, hey, für was brauche ich denn das fertige Produkt, das fertige Bild am Ende. Ist es es wert, sich da jetzt mehrere Stunden damit zu befassen oder langt es auch, wenn es mal nur zwei Minuten dauert? In diesem Sinne, viel Spaß und schreib doch gerne mal in die Kommentare, wenn du noch einen anderen Weg kennst. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Abonnieren den Kanal, wenn es dir gefallen hat, wenn es dir was gebracht hat. Bis bald. Und ciao, ciao. Ciao.